... aus Aserbaidschan gespielt, das heißt also eine Premiere morgen. Das letzte Mal das Bayer 04 in Europa, zum ersten Mal auf einer Mannschaft aus einem vorher unbekannten Land traf, war in der Gruppenphase der UEFA. Bayer 04, natürlich, das wollen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das Team der Stunde in Deutschland, bis auf das Remis in München hat man alle... So, jetzt haben wir aber den Ball auf... ... im Spiel. ... One-Touch-Football im Ulrich-Haberland-Stadion, bei höchstem Tempo. Als Herausforderer vom Bayer 04 um den Gruppensieg heraus, vielleicht ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, ursprünglich aus Agda mit der historischen Region Karabach stammend, aber eben seit der Besetzung...